moin moin leute und herzlich willkommen zu einer adventure map mit voicemail hd und zwar zu der äh wie heißt die noch mal äh eis im labor glaube ich ja labor oder eis warte diskonnecte noch mal und guck wie die heißt vorbereitet wie sonst was das labor im eis das labor im eis ja die regeln die hier drin stehen alle in dem buch ähm das buch kannst du mal angucken ich drehe die regeln ja auch wo denn wo kriegst du jetzt die regeln her ja aber du hast sie doch auch und du musst ja aber die müssen dass du bei dir auch aussehen du das buch die regel die stehen alle in der infobox also ja bist fertig hallo ja warte 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 ich leise gerade durch er lässt sich durch und er ist auch in der video beschreibung verlinkt so wie die map und das tatschepäck fertig fertig gut start los geht's wird mal sagen was eislabor nur wolle und teppich abbauen kammer 1 story glaubt was ist hier drin was da drin und ein gold nugget da war ein hebel und ein gold nugget drin ja und ein hebel kann man da verzählen so kammer 1 mein erster entwurf ist doch gar nicht so schlecht oder story ihr seid in einem also ihr seid hier im einen eislabor von professor ok was auch immer gerade bei ihnen los ist ähm von professor eisig so im ganzen labor sind seine schätze versteckt die ihr plündern wollt er hat aber fallen und riesel aufgestellt nehmt euch in acht ok es darf was abgebaut werden nur wolle und teppich wolle und teppich kammer 1 ich bin blau haus der müllers ja du musst jetzt erst über jump in one anschauen wenn ich hier durchkomme so wird zu redstone was ist denn was hast du jetzt drei redstone und drei da kann man eigentlich ein redstone fucker machen ist bei dir irgendwie ein block ein dia block du darfst nicht dings ne im inventar kaufen nicht okay ja du musst sie jetzt hierher bringen glaube ich glaube ich und hier dispenser packen dann muss ich warte ich hab da vorne nur du musst das jetzt an deiner tür platzieren da brauche ich den hebel für hin jetzt musst du ja durch gucken ob hier irgendwo wolle ist ne ich will zugucken aber hab's nicht oh brot hast du das brot was ich dir vorhin gegeben hab weg geworden nein denn mal los was ist da auch nicht ja doch ich hab das weg geworfen ich bin durch komplett jo jetzt muss ich dir den shelter geben boah und dann los also das betrieb von dieser adventure map finde ich bis jetzt sehr gut du brauchst denn jetzt platzieren doch da beim goldblock ach ja du musst auch raus das stimmt wer mich nicht raus lassen kammer 2 abgebaute items bitte wegwerfen hab nix abgebaut kammer 2 auf einmal ist alles ganz heiß geworden oh 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 und punkt setzen hast du auch gesetzt ja äh du musst näher ran ja gut kammer 2 mhm yay jump in 1 ne doch ich bin rot ja buttons 3 3 2 hm super blindness ah ja ich glaub ich weiß was wir schaffen müssen ich glaub wir müssen das ich kann nicht respawn jetzt ich glaub wir müssen das in dieser zeit schaffen wenn wir richtig gut ah hier ist der obere also der obere mittlerknopf ist äh ja ja hör mal auf die zu klicken ja ja dann hör ich jetzt auch auf zu klicken du hast so warten bis das weg ist weil ich Fünf, vier, drei, zwei, eins So Ah Ja, jetzt ist der Block da Jetzt klick mal den anderen Ne Ja Bist du? Ja, oh, danke Du darfst hier nicht nochmal klicken, den gleichen Bin mir ohne gefallen So Mach mal Ja Klick mal noch einen anderen Noch einen Ne Klick nochmal Klick nochmal Aber immer einen anderen, ne Nicht immer den gleichen Jetzt einen anderen Klick mal wieder einen anderen Klick mal alle Der drei Die Die drei unteren hier Ja, die haben eben alle geklickt Das Oh Wolle darf man abbauen, ne? Ja Da ist ne Kiste Soll ich da mal versuchen hinzuspringen? Weiß ja nicht, ne? Goldner Knopf Knopf Ausgang geöffnet Hat sich da unten was geöffnet? Ja, 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 hat sich geöffnet Ist ja geil, guck mal Das ist ne Kiste Das ist meine Kiste Glaub ich Kammer drei Kammer drei Irgendwie weiß ich nicht mehr, wo es lang geht Gebaute Items Gebaute Items Ich pack Ich brauche die Für dich Kammer drei Kammer drei Du bist rotig, Pumpe Ich? Ich? Falsch Ähm Oh, ne Nicht Richtig Drei nach vorne Eins, zwei, drei Hä? Nein, oh Das check ich grad nicht Nicht? Der geht nicht Ah, ich kann ja Nach vorne Nein, oh, fuck Was, doch zur Seite Drei, zur Seite Der da Ne Hat auch nichts hier Ah Hä Oh Der hier war das, ne Der läuft Nur nicht an der Decke oder so Eins, zwei, drei Ein nach da Noch nach da Links oder rechts Links Ah Bist du schon durch? Hallo? Ne, ne, ne Ich bin noch nicht durch Zwei, drei Und da Dann da Nein Da Oh, fast durch Da war falsch Mann Das war falsch Hä? So, so, so So Dann Hä? Hä? Das war hier, hier Dann da, dann da, dann da Gerade aus Ah Ich finde das Prinzip hier schon sehr gut Eins, zwei, drei Nach da, nach da Links oder rechts? Sag mal, links oder rechts? Links Geradeaus war es nicht Oh, voller Kurzzeitgedächtnis, alter Drei Drei Denn Nein, oh Jetzt habe ich aus Versehen Der andere getroffen Ich auch Da, da, da Dann da Was ist denn das? Denn da Hä? Ja, ich schwöre Ich bin nicht falsch gegangen So, so Hast du das Brot weggeworfen? Hä, ja Vergessen? Hä? Wollen wir uns gar was gegessen? Weil ich Brot bekommen habe Oh, das ist doch scheiße Ich kriege das nicht hin Kurz vorm Ende, alter Wir müssen Zeug rupen So, drei Denn was hier? Denn was? Doch, es bringt gesprintet Ich bin so dumm Ich schreibe mir das gleich auf Drei Denn hier Hä? Jetzt gerade Nochmal gerade Denn Da lang Ja Denn nochmal geradeaus Ja Denn nochmal Nein Hä? Gibt es hier nicht irgendwie einen Hinweis? Nochmal war es nicht Doch Immer nochmal So, so, so So, so, so So, so, so So Und so Dann Da Nein Oh Oh nö 3, 3, 3, 3 2, 2 Vorne, vorne Einer vorne Einer vorne Hä? Komm Stift? Hier ist kein Zettel Ah, warte mal So, wir nehmen mir zwei verschiedene Räumen auf Äh, wir nehmen gerade zusammen auf Also kommt auf beiden Kanälen Aber wir nehmen zwei verschiedene Räumen auf So Er ist in mein Zimmer Ich bin im Wohnzimmer So Weil sonst geht das nicht Sonst Schreibe ich mir das auf So 1, 2, 3 Äh Oh, jetzt schreibt der Stift nicht 1 1 2 3 Oh Gott Dann 2 zur Seite 2 zur Seite 1, 2 nach vorne 1, 2 nach vorne Was genau ist? 1 2 nach vorne 1, 2 nach vorne Denn Das war es schon mal nicht So 3 da 2 da 2 hier 2 hier Dann kannst du ja nur da Der geht ja nur da Ja, hier Denn Bist du schon durch? Ja Ich kippe Denn da Denn Denn Einen nach vorne Denn Noch einen Denn Denn noch einen nach vorne Denn würde ich aber sagen Nach da Ja 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 Dann nach da Denn da Ja Ja Denn Noch einen nach vorne Oder da lang Ne Da lang geht nicht Hier lang Nein Oh Aber Jetzt Da 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 Fuck Wo bin ich jetzt? Also wenn wir das schon aufschreiben So Dann war das hier Nein Nein Das war nach rechts Mann Oh ja dann sag's doch Bevor ich den Fehler mach Drei nach da Zwei nach hier Zwei nach vorne Zwei nach hier Ein nach da Zwei nach hier Dann nach hier Dann nach vorne Und wo war ich Bin ich eben lang gegangen Da ne Ne Auf der anderen Seite Bist du lang gegangen Geradeaus oder wie Jetzt Hä Bist du so Hier lang Da lang Ja das Habe ich doch gerade gefragt Ja nach da muss jetzt Hä Ne Da lang Oder geradeaus Hier lang Oh nein Ich wollte geradeaus sagen Ja 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 Würde ich Hätte ich auch gesagt Sag mal weiter gehen Ne Ich will das noch in dieser Folge schaffen Dann machen wir die nächste Hieran so circa 20 Minuten Ach fuck Jetzt habe ich Bin ich aus dem Konzept Boah Oh das ist so scheiße So Da Zwei Hier Zwei Dann Zwei nach vorne Zwei nach hier Ein nach da Zwei nach vorne Ein nach hier Oh ne Komm Da Nein Du 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 Rinderwahnsinn Oh jetzt habe ich wieder aus dem Konzept Warte Wo bin ich denn jetzt Ich glaube hier Zwei nach da Ein nach hier Zwei nach da Ein nach hier Zwei nach hier Dann geradeaus ne Ja Dann da Dann da Ja Hey Dann gehen wir noch in den nächsten Raum Kammer 4 Hier gehen Goldnugget Dann setze ich auch mal meinen Spawnpunkt Ähm Mir war langweilig Und da kam mir eine Idee Für ein kleines Spiel Und das Kleines Spiel Komm mal da weg Sehen wir In der Nächsten Folge Die auf Unseren beiden Kanälen Heute noch erscheint Und dann Würde ich Sagen Bis zur nächsten Folge Ciao Ciao Ce